Äh, aufnehmen, aufnehmen! Hallo und willkommen zurück zu Game & Forever! Ich hab gerade, äh, ja, ähm, ne, das nochmal durchgespielt und wie man sieht, ich hab nur drei Leben verbraucht, ja? Für all die Level, die, ups, vorher kamen, habe ich nur drei Level verbraucht. Ob man's glaubt oder nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und, bin ich gut? Also, ich bin schon wesentlich besser geworden. Ähm, so, ah, jetzt macht er Steinponys, ich hab Steinponys vergessen. Ich dachte, jetzt kommt wieder die Kugel. Aber ich glaube, die kommt jetzt so zur Seite, hüpfen, hauen, hüpfen, hauen. Gut! Liegt wahrscheinlich an der Hitze. Ich bin so fertig mit der Welt, oh. Ey, ganz ehrlich, wenn ich schon sage, es ist warm, dann muss da was dran sein. Also, ich bin normalerweise, mir ist immer, aber wirklich immer kalt. Ich sitz im Sommer mit 35 Grad mit Rollkragenpulli rum. Hab ich? Äh, aah! Ohne Probleme drauf. Aber gerade, äh, jetzt kommt glaube ich noch so einer. Oh scheiße. Was machst du jetzt? Ah! Ha! Ja-ha-ha-ha-ha! Äh. Das war aber sehr fix. Ich glaube, den konnte man nicht machen. Gucken. Ducken. Ducken. Ah! Nein! Ha! Äh. Ah, jetzt wieder das. Und treffen. Mach, mach, mach. Ja! Supi! Und noch zwei, aber das schaffe ich jetzt bestimmt nicht. Hopp. Nein! Ich bin zu früh aufgestanden! Es sah so gut aus! Es sah so gut aus! Zum Heulen! Äh, was war das denn? Äh. Ja. Denk mit, Vibe. Denk ab und zu mit. Und ja, ich hab grad mit mir selber gesprochen. Weil ich... Oh. Ich wollte eigentlich auch arbeiten jetzt. Aber es ist so warm. Ich kann mich... Auch wenn ich nicht großartig was mache, muss nur noch Homepage umziehen. Aber es ist so anstrengend, überhaupt irgendwas zu machen. Also irgendwie hab ich mich beim letzten Mal... Viel... Ah! Schlechter angestellt. Oh. Jetzt mal. Ehrlich? Also irgendwie wirkt er gerade gar nicht so schlimm. Wie das letzte Mal. Oh, fuck. Scheiße. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen fliegen oder so. Ich hab keine Ahnung. So, jetzt kommt noch mal eine einzelne. Geh ich von aus? Ja. Und gleich ducken. Sehr gut. Da! So, jetzt geht er mich jagen. Und im richtigen Moment... Ha! Perfekt! So. Ich hab noch drei Leben. Äh. Da muss ich mich jetzt ducken. Und schnell weg. Und hier rüber. Haha. Ja, gut. Was macht er denn jetzt? Ducken. Laufen. Was machst du jetzt, Hanni? Ducken. Ah, jetzt kommt wieder der Spaß. Hopp. Hüpfen. Okay, zwei Leben hat er noch. Ducken. Oh, das war... Oh, das war... Ah! Blöd! 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 Vibe! Denk ab und zu mit. Jetzt. Nein! Scheiße, ich hätte da durchkrabbeln müssen. So, jetzt kommt einer von oben. Nein! Ach, man, nein, 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 nein! Es sah so gut aus. Aber ich bin immerhin besser geworden. Ja, nur bei dem lasse ich mich komischerweise jetzt immer treffen. Warum, weiß kein Mensch. Okay, jetzt den Try habe ich quasi schon verloren. Jetzt holt er doch Steinponys, ne? Okay, jetzt schießt er. Jetzt macht er, glaube ich, drei Kugeln hinter... Na, Mist! Das mit den drei Kugeln hintereinander ist aber auch gemein. Was machst du jetzt für eine... Ah, Fiesheit? Hä? Hä? Eins, zwei, drei... Hopp! Laufen! Springen! Gut! Nein! Was ist? Ah! Oh, Mensch! Mensch! Och, Mensch! Stell mich gerade echt an! Die letzten paar! So, warte! Jetzt lasse ich mich nicht treffen! Hopp! Zur Seite gehen! Hüpfen! Eben die Kugel aus der Hand schlagen! Na, so ist doch schön! Noch kein Heilleben verloren! Hier nochmal hüpfen! Zur Seite! Jetzt holt er die Ponys, wa? Ja? Mein Gedächtnis leidet auch unter der Hitze! Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich immer frage! Vor allem, weil nie keiner antworten kann! Aber das sei jetzt mal so dahingestellt! So! Hopp! Jetzt müsst ihr anfangen zu schießen! Genau! Jetzt wirft er noch eine Kugel! Okay! Hopp! Aus der Hand treten! Werfen! Treffen! Perfekt! Noch kein Ding ans verloren! Noch kein Ding ans verloren! Toi, toi, toi! Ach Gott! Jetzt kommen die dran! Das geht nicht! Ponys! Eins, zwei, drei! Was macht er jetzt? So, er wirft noch eine Kugel nach mir! Und ducken! Hüpfen! Jetzt rennt er mir nach! Okay! Oh! Das war aber knapp! Ab! Okay! Okay! Hat funktioniert! Alles okay! Äh! Ducken! Gut! 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 Klappt! Klappt! Was machst du jetzt? Ducken! Äh! Oh! Hüpfen! Wolke! Treffen! Nein! Oh! Nein! Nein! Oh! Oh! Es hat so gut am Anfang funktioniert! So gut! So gut! Ganz ruhig! Schön langsam! Mit Schmackes! Nimm das eigentlich gerade auf! Ich hoffe es! Ich kann es echt nur hoffen! Wenn ihr das jetzt nicht aufnimmt, dann ist mir das Wumper! Sorry! Ich hab den Boss bald geschafft! Und... Nein! Gut ist! Scheiße! Nein! Ich war doch drauf! Scheiße! Mit so... Mit so... Von sowas... Da hab ich mich eigentlich nicht... ...treffen lassen! Na... Oh! Ey! Ey! Jetzt ist es zu spät! Oh! Doch! Noch getroffen! Es war aber Glück! Oh! Scheiße! Huh! Ja! Yippie! Wie hab ich das denn gemacht? Äh! Wie ich das gemacht hab, weiß kein Mensch! So ducken! Oh! Das war knapp! Das war echt... Knapp! Ducken! Laufen! Lauf! 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 Angst! No! Nein! No! No!